Willkommen zurück bei Dinosaurorius 6. Ja, wir gehen jetzt weiter in den Kampf. Mal erstmal schön speichern, wie es sich gehört. Wiener Liu Zhang fled the moment he heard Liu Gu was coming. Liu Gu easily subdued Liu province and its capital of Chengdu, establishing a new base there. Since the beginning of his campaign, Liu Gu had tried to carry the battle to the capital. To this end, he advanced north from Chengdu to Mount Dingzhu. However, within the mountains, Zheng Xiao and Dong Zhuo returned from the grave in search of vengeance. Could Liu Gu's might reach people to the realm of Yandere? Curse you, Liu Gu! How dare you turn on me! Show me nothing but betrayal! I desire revenge! And I will have it! I have come back from the grave and I won't rest until I have your head on a platter! Greetings, Dong Zhuo! I am back, my old enemy. But I am here to help you in your quest to rid the land of Lu Wu! Now, we will join our strength together! And we'll destroy this beast born of the Blue Dragon! League of�를 is the mostНуist and Ge Kon Aggrands! clues that we are mer Fortunately, we are at against a formidable enemy! From this initial point of victory! I hear nothing but the babblum vermin! What? Why should I be frightened of them? I'll soon put em back in their rotten graves! Natürlich nimmt er LuVu's alles hin. Ganz normal. Ich werde mir Angst vor Angst in die Hose pissen und abhauen. Ja und LuVu. Gegen wem? Dong Zhuo und Sang Xiao. Das wird mal ein bisschen cool. Also starten wir mal diesen Art Traum. Juhu. Jetzt. Ball. Jetzt. 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 Ja, wenn wir schneller umfertigt sind, dann kann ich nicht mehr spüren. Ey! Ich spitz auf Nebu! Einfach eine Tür zwischen abzuschießen. Ihr Zeit ist fertig. Ich sehe vor dir die neue Auge der Yellow Turbans. Kann jemand mir mit einem Däsen-Talenten? 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 Kann jemand mir mit einem Däsen-Talenten-Talenten? Diese Basis ist all mine! Diese sind nur Illusionen, die Faschen der Magik. Wenn du auf den Däsen-Talenten kündigst, dann werden sie weg. Diese Basis ist all mine! Der fährt heute schon längst seine Beine getroffen. Schengliong! Wenn du fallst, die Phantoms werden. Meine followers werden hier in die Reinforcements. Lupin, du bist ein Däsen! Mein König, die Reinforcements-Däsen-Talenten sind. Ich bin da jetzt developers-Däsen. Ich glaube, dass ich eine Beschein habe. Wir versuchen sie eine Beine getroffen. Das ist alles Beste. Ich habekids-Talenten-Talenten. Ich habe keine Probleme mit dem däsen-Talenten, aber... Wie kann jemand mir mit einem Däsen-Talenten-Talenten? Lübbrü ist Mensch. Wenn du ihn zackst, wird er blüht. Und wenn er blüht, kann er zerstört werden. Charge! Kann jeder mir eine gute Herausforderung geben? Ein wahrer Krieger in Diener. Du wirst unsere Honour über die Land. Gwang Woi! Du wirst endlich kommen, und schnell und machen deinen Job! Ey, Masodos! Naja, eigentlich wollte ich den Wurzeln nicht einsetzen. Naja, jeder hat mir einen decenten Wurzeln. Das ist doch gut, das ist doch gut, das ist doch gut. Ich weiß, aber... Ich finde es cool. Aber so viel auch wieder nicht. Wir fangen auf die Sonnenball. Wir werden ihnen zeigen, unsere Wurzeln auch. Naja, unser Ziel ist die Beine. Wir fangen sie an. Wir fangen sie an. Klaue uns mal hier raus. Klaue uns mal hier raus. Die Oben brauchen meine Hilfe. Die brauchen nicht meine Hilfe. Die Oben brauchen wir... Musik Und wir reiten, wir reiten durch die Dunkel oder die Sterne. Und wir reiten, wir reiten durch die Dunkel. Und wir reiten, wir reiten durch die Dunkel. Schon alles ein Mino-Mombi. Very nice. Und wir reiten durch die Dunkel. 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 Das ist alles gut. Das ist alles gut. You cut such a striking picture. You inspire me to even greater height. You just reached another level. Brilliant. This base is all mine. You have proven yourself a braving beast. Now I can cage you all. Can anybody provide me with a decent challenge? No, 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 no. Let's go! Can anybody provide me with a decent challenge? This base is all mine. I guess I need to pick up the base. Nevertheless, this weapon doesn't fit. You keep sending them out! I'll do it! You keep sending them out! I'll do it! Four of them are coming. Our position is for people under these odds. Fight me now, for glory! Can anybody provide me with a decent challenge? This is heroic. I guess I need to pick up the base. Can anybody provide me with a decent challenge? Can anybody provide me with a decent challenge? Can anybody provide me with a decent challenge? Stand because you can't h перек element. Oh, hier ist doch schnell gestorben. Alter, ihr blitzst, sonst massenschlägerei. Alter! Wie wäre es, ihr als ihr, der Land der Yellow Turban? In heaven, ihr werdet euch mitmachen. Hör, ihr werdet ihr, ihr werdet ihr. Hör, ihr werdet ihr, der Wettbewerb. Alter! Alter! Let's go first! Let us advance together. I am being tested! Can anybody provide me with a decent challenge? It doesn't matter which pair of fools join together. None can stand against me! There are none who can stand before me! No! 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 Oh, come! Yeah! My friends, that was it again! With Dynasty Warriors 6. And I would like to be sure if you would like to start the next part of Dynasty Warriors 6. Then later the Warriors 7. Vielleicht bin ich auch mal überlegen, weil ich den letzte Warriors 5 gefunden habe. Vielleicht mache ich das danach. Ihr werdet es sehen, was danach in meinen Channel reinkommt. Ich glaube, es wird Teil 7 sein, weil wenn ich Teil 7 jetzt reinschmeiße, dann passt es eher, wenn ich dann nach Soroshi danach zocke. Und dann ist es eher besser. Dankeschön fürs Zugucken. Immer schön lieb Kommentare und Likes. Ja, und einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.